sag mal Dory, was spielen wir ja eigentlich? äh, Gabriel, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? äh, Black Ops? ja, Black Ops ist nicht schlecht, aber willst du mich gerade verarschen? boah, zukommen Black Ops 2? ähm, Gabriel äh, ähm, Black Ops 3? ja und damit ein herzliches Moin zu Black Ops 3 mit dem Gabriel und dem Dominik Hallo, meine lieben Freunde im Koop-Modus oh ja, das wird richtig, richtig geil ihr habt sogar zwei Sichten, einmal von Gabriel und von mir also was Besonderes und also wenn ihr Pech habt, müsst ihr meine Sicht sehen und wenn ihr Glück habt, meine und damit, Gabriel, legt los okay äh, Missionwahl? ja, die erste Spiel starten, öffentliche Spielbeiträge die Schwierigkeit gerade ändern, okay äh äh Laut echt? oh Gott Indigenous intro intro pscht 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 Bradley Gabriel! Die A-Basen waren heute Morgen alarmiert. Direktenergie an die Drohnen-Systeme haben den Angriff sofort abgenommen. Protestierende und Einheimische gerieten einander und es gab erneut Blutverdiensten. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer Körterkrieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Handels, der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Saeed. Das MRC nahm ihn vor zwei Tagen bekannt. In Aufständen haben sie ein Exempel an und statuieren. Ihn bestrahlt. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist, wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Ich wollte gerade schon sagen, was ist das denn jetzt? Ich dachte, ich wollte jetzt einen Bug. Ja, ich auch. Okay, wir sind in Äthiopien. Team ist geheim. Sind deine Fremds auch so kacke? Bei mir ist es gerade noch Standort für 60, aber gerade beim Intro 30 nur. Bei mir 28. Na, das ist nice. Er ist gerade 36, aber. Ist auch gerade auf Feuer gedrückt. Ja. Gerne. Das war richtig professionell gelöst. Ja. So, Gabriel, wo bist du? Hinter dir. Ach da. Ah, hallo. Oh Gott, hier will ich mich ja hier schießen. Auch nicht schlecht. Hast du auch die Waffe gesenkt? Ja. Ey, Dominik, ich habe ein Problem. Ich hänge hier fest. Ich komme hier nicht weg. Außenrum. Ja, außenrum. Ja, das ist klar, dass das passiert. Ja, irgendwie. Okay, was ist hier? NAC Kommunikationskopfhörer. Ach so, ich muss gedrückt halten. So lange wie mitten in meinem Regen ist. Dann halt einfach die Klappe. Naja. Oder springen. Die Sicherheitsstation liegt auf dem Weg. Ich kann nicht springen. Ich auch nicht. Ich kann nicht. Bleib cool, bis wir ihn haben. Jo, wir bleiben cool. Läuft's bei dir flüssig? Ich folge dir. Ja, 35 FPS. Also, der Multiplayer läuft irgendwie flüssiger. Hier ist ja auch ein paar mehr Effekte, ne? Mhm. Wird wahrscheinlich alles noch. Ah, jetzt habe ich 45. Wird schon. Also, ich finde es geil, dass es möglich ist, die Kampagne jetzt in Folgen zu sagen. Vor allem, weil die Animationen auch von den Teampartnern so mega gut sind. Ja, ne? Aber das macht das Spiel ja nicht schlecht. Gibt's hier was drin? Doch, Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ist leer. Mensch, hätte man wenigstens nachkaufen können, oder? Lass mal zu Starbucks. Dann können wir ja morgen zu Starbucks gehen. Okay. Mal Entschuldigung, ey. Wir haben aber gerade so viel gelacht, ey. Und sie jetzt aus den Husten nicht mehr rauskaufen. Oh. Müssen wir die erschießen, oder sind das Freunde? Sind, äh, Touristen. Also, Einwohner. Taylor, sind an der Sicherheitsstation, werden sie kontrollieren. Hingehen. Also, verstanden, Hendrix. Alles klar. Du, 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 du. Los, tun wir es. Tun wir es. Bereit, wenn du es bist. Okay, wir sind bereit. Oh, man kann ja auch die Waffe wissen, stimmt. Ja, also ich... Können wir auch mal schießen, oder schießt der jetzt nur für uns? Äh, ehrlich, Mann. Wozu haben wir Kugeln bekommen? Die aktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Ich weiß jetzt nicht, ob du den auch bekommen hast. Ja. Ja. Und da liegt noch was. Kampfausrüstung. Ne, Kampfsteuerung. Ah, ich darf steuern. Oh cool, ich kann sogar zugucken. Taylor, scanne nach Paket. Warte auf die Gesichtserkennung. Okay. Weitere Geisel. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich auch. Und wenn du 60 Films haben willst, äh, das in der Kaffee runter oder so. Ne Ahnung. Hast du Fausing ausgemacht? Ja. Oh, krass. Alter, Taylor. Wusstest du von den anderen Gefangenen? Wusstest du, dass ich die Kamera schalte? Der Minister hat oberste Precht? Ja. Also, wenn das Bild gewechselt wird, dann auf mein Kommando. Soll ich sagen, okay, mach du einen Counter, wann ich wechsle so. Egal, ich mach's einfach. Der ist langweilig. Oh, der ist spannend. Boah, Alter. Sein Arsch, der brennt gleich, ey. Das ist das scharfe Chili. Jetzt mach's doch. Ich steche ihn nach Ding in den Arsch. Boah, der Kaffee bitte. Ja, ich hab' mir passiert, was passiert ist, dass ich es schon wieder bekomme. Wir wissen, ich werde jetzt mal geduscht. Aber das war aber ein kleiner Klaps. Das war aber ein kleiner Klaps. Er wird verlegt. Dann können wir weiter jetzt hier. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Alter. Nein, das ist lustig. Sind unterwegs. Alles klar. Ich muss mir jetzt nicht... Lass mich kurz. Hä? So. Oh Gott, Entschuldigung. Stellst du noch was runter oder was machst du da? Erstmal ein schönes Kaugubi. In der Aufnahme. So, Gabriel, es geht los. Ja, aber es ist okay. Oh Gott, haben wir noch! 50 Fairs. 58, 60. Alter. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz so hübsch aus, aber scheiß drauf. Mal nur einmal mehr. Oh Gott, Granate! Ah! Alter. Boah. Aber ich muss mal kurz den Zaub ein bisschen lauter machen. Ich höre hier nichts. Geh drauf! Oh, zähl da rum. Oh Lord. Ah! Granate! Wie das aussieht. Oben, oben ist einer. Oben sind zwei. Ja. Aber so die Steuerung ist echt geil. Das Gameplay auch. Bis jetzt. Ja, das stimmt. Wirklich sehr smooth. Für euch die Information. Gabriel, du bist auch männlich, ne? Genauso wie ich. Und wir spielen auf der Schwierigkeit Söldner. Für die, die es wissen möchten. Natürlich gibt es auch Frauen in diesem Spiel, wie in AdWords Warfare. Brauche ich jetzt nicht, ne? Also wenn es jetzt keine Megan Fox gewesen wäre. Naja. Ich würde mich auch mit Jennifer Lowe zufrieden gegeben. Ja, ich mich auch. Ja. Die hätte sogar eigentlich noch mehr gepasst. Ja, ne? Wie geht das jetzt hier weiter? So wie in... Achso. Wir können dich drücken, ne? Ja, na. A.W. Kevin Spacey? Hier meine Frau. Er hat keine Lore. Ja, das wird liberiert. Na, mal. Was ist denn hier? Ich gehe vor. Du bricht sie ein. Ich bricht sie ein. Oh, nein, ne. Was mit mir, woher ich jetzt sehe? Weiß ich nicht. Okay. Ich gehe dir mal. Verhörer mit dem Rücken zur Tür. Zwei Wachen drin. Zwei Wachen drin. Auf mein Zeichen. Drei. Zwei. Los. Wir holen sie hier raus. Tun sie was ich sage. Hast du das jetzt hier ernsthaft zerschossen? Ja. Mensch, gehabt wir. Oh, warte, hier ist was, das ist schon einsam mit Dominik. Habe ich schon. Zieh auf ihn. Mr. Said. Minister. Öffne die Tür, gebe Deckung. Man könnte nicht währenddessen zielen. Ich bin der Vorstoßer. Ja, alles klar. Geh zum Display. Ey, meins. Nee. Frag mich, ob sie auch wieder in der Armbrust gibt. Ihr hätt' ich gerne. Khalil. Hendrix. Können Sie kämpfen, Khalil? Moin. Wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren Sie auf die Biometrie. Ach du Scheiße. Klingt, als wären Sie uns auf den Fersen. Wie ich nur hier rumgelegt. Ich bin auf den Gegend. Taylor, Paket Plus Eins, gesichert und unterwegs. Wer ist denn Taylor? Dein Auftrag war, die Minister zu befreien. Das bin ich, glaube ich. Sein Name ist Lieutenant Khalil. Schon mal gehört? Ne. Das die Puderform ist schwer bewacht. Mach Gott bereit. Okay, alles klar. Let's go. Oh Gott. Granate. Verstecken zwecklos. Oh, Waffenkammer, Waffenkammer, Waffenkammer. Echt? Wo? Oh, hallo. Man kann hier nichts nehmen. Oh, da ist ja nicht echt doof. Lame. So, Blendgranate. Vorstoß, Vorstoß. Oh, hat nichts gebracht, der Vorstoß. Frame an Druck, Frame an Druck. Oh Gott. Aber ich find's kacke, dass sie die Pistolen so kulturistisch aussehen lassen. Alter, ich hab grad voll die Frame-Einbrüche. Oh, Granate! Oh, ich bin fast tot, Alter. Ich muss zurückgehen kurz. Oh, man, ich hab catchen, Renate. Nein, in den Aufzug. Der bringt uns hoch zum Hangar. Oh Gott! Äh, Gabriel? Ja, ich bin dabei. Danke. Ah, catch a grenade. So, weg mit dir. Alter, die Frames gingen grad gar nicht. Gehen mal von 60 runter auf 25. Krass, Alter. Ist da sonst im Hintergrund noch irgendwas offen? Weil das Ziel verd... ...mehr nicht? Nvidia... ...Waffen fallen lassen! Roter damit! So far! Dann wären wir tot. Glaubt mir. Wir sind tot, wenn nicht. Fallen lassen. Ah, nice. Pium, pium, pium! Wie Star Wars, ey. Wir sind ja unsichtbar. Ah, schön, der ist. Taylor, das ist Taylor. Ah. Hallo, Taylor. Schön, dich zu sehen, Jacko. Ich glaube, ich mache jetzt gleichfalls John. Du hast dich verändert. Ey, ich dachte, der hinter ihm heißt Basarati. Das ist vorbei. Schade. Ah. Frisches Blut. Guck mal, der ist Dias. Kümmerst du dich so gut um wie um mich? Ja. Das ist nicht witzig. Ich bringe Sätze klar. Okay, wir können los. Bereit in 10. Dias, du spielst den Baby-Shitter. Los geht's! Folgt mir. Loll. Waffen. Wie geil ist das denn? Nicht schlecht. Boah, Gabriel. Jetzt gehen die Frames, glaube ich, runter. Ja. Ich kann ja nicht springen. Aber was ist das denn? Ich bin schneller als Dias. Dominik, man kann auch oben lang gehen. Durchs Fenster. Oh Gott, was ist das denn? MG. Egal, ich werfne Granate. Ich auch. Boah, ich bin fast tot. Oh, die Frames, Junge, die Frames. Oh, Dominik. Oh, das war ich. Die brauchen da Hilfe. Muniz-Kunditionskiste. Granate werfen. Von hinten kommt einer. Oh, der hat mich fast umgebracht. Alter, schon wieder noch einer von hinten. Ich bin tot. Also, ich... Jo, schon dreimal in der ersten Mission. Oh, nicht schlecht, wa? Mhm. Mal gucken, wie oft wir das überbieten werden. Ja, okay. Oh. Oh, die ist aber scharf, ey. Na? Leute, die ist so die Wallrunner hin. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwie. Gucken wir mal, ob sie... Schneller, sie holen uns in 5 ab. In 5. So kann ich nicht mehr mal gehen. Wir haben Sprengsätze in der Basis platziert, um unsere Extraktion zu tarnen. Wir zünden sie hinter uns. Niemand folgt uns. Die Wagen versperren uns den Weg zur Extraktion. Ah, wir sind nicht wahr. Oh, nein. Oh, Alter, die Frames. Das Problem ist, die sind verdammt die Arbeitsspeicher und Rechnungen sind echt angenehm für das Spiel. Oh, nein. 19 FPS. Verstanden. Leiter auf die Elektrik des Gebäudes zu. Oh, da hinten muss ich hin. Ich bin hier hinten. Komm, dann hoch mal, wa? Ja. Achtung. Viele Feinde im Kommunikation. Alter, meine Frames wären nicht besser. 32, what the fuck? Ich brille auch gerade hin. Ach, nee. Geht nicht. Nee. Nicht schlecht aus. Was? Sollten wir jetzt im Dunkeln kämpfen? So was ähnliches. Sende die Taktik, die Daten am Ende hat. Oh, oh. Leid! Denk dran, Sie haben keine Nachtsicht. Ach, bist du hoch? Wie geil. Ich bin oben. Ich nicht. Langsam vorgehen und eliminieren. Dominik, Haske hört langsam vorgehen und eliminieren. Ja, Kronaten. Ja. Aber es bringt was. Ich deaktiviere das Taktikbild. Oh, jetzt auf einmal. Alter, meine Frames wären nicht besser, egal was ist. Ich kann die Wand anstarren. 30 FPS. 36. Was jetzt? Das Vitor setzt uns fest. Wenn wir die erste Mission fertig haben, dann werde ich mal das Spiel neu starten. Oh, Mann. Oh! Also jetzt solltest du nicht mehr auf meine Sicht schalten. Ja. Dummy. Ja, ja. Das wird mir auch schon vorgenommen. Was soll? Aber so an sich finde ich das Spiel gar nicht schlecht. Ja. Also vor allem diese... Also die Steuerung und das Gameplay finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr angenehm. Alter, wie viele Militationsgästen. Ja, für die Anfänger von uns. Wir bräuchten ja hier Pax. Lol. Ey, Dominik, wurde es da auch mal teleportiert? Ne. Ich soll. Geil. War zu dir teleportiert. Lol. Weißt du, was da kommt? Roboter. Oh, Gottes Willen. Lol, ich bin tot. Leg dich hin. Lol. Achso, hier kann man ja reingehen. Achso. Wusste ich ja gar nicht. Ey, Dominik, bring keine Granat. Wir sind sicher und können jetzt übernehmen. Die Granatten nichts. Du könntest die anderen. Alter, ich hock doch noch draußen, weißt du. Und ihr seid alle hier drin und chillt, ey. Aber es sind immer noch Menschen. Verdammt. Alles klar. Weiß Bescheid. Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfängt? Oder ist das ein Ifrit? Okay. 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 Wo müssen wir jetzt hin? Darf ich fahren oder so? Ich bezweifle es. Okay. Transporter? Transport, was soll ich sagen? MG-Schütz bemanen? Achso, hattest du auch MG-Schütz? Da hätten wir, glaube ich, zu viel die Kampagne gespielt, hätte man auch hinten sitzen können. Oh. Hab ich das jetzt kaputt gemacht? Weiß ich nicht. LOL! LOL! Bei mir steht... Boah. Das ist geil. Da, bei mir auch einmal kurz so ein Einbruch. Ich balle einfach irgendwann hin. Yo, wie fährst du denn? Nie for Speed nicht gespielt, oder was? Nein, der fährt ja auch mal ein. Oh, nach Steuerungerheuer. Hahaha. Ich glaube, geht die Luzi hier, ey. Oh Gott! Da ist gerade jemand auf unser Auto gesprungen. Oh Mann, ey. Alter, ich bin gleich tot. Alter, ich heiße hier nicht mal aus. Boah, Alter, ich bin knallrot, ne? Du auch? Okay. Jetzt fahr doch los! Alter, so habe ich mir den Call of Duty vorgestellt, ey. Überall Explosionen. Geht doch. Weg mit dir. Alter, wie sollen wir denn hier wieder rausschaffen, ey? Ja. Yo. Bist du auch ausgeflogen? Ja. Nice. Na was? Jetzt geht das Laufen wahrscheinlich los. Oh, Alter. Verteidigen? Also ich soll das Ding verteidigen? Bist du besoffen? Achso, nee. Alter, Gabriel, das ist nicht dein Ernst gerade. Verschwinden wir von hier. Halte sie zurück. Wir suchen den Minister. Oh, Alter. Vielleicht kann der ja nichts was hier machen, wo der auch mehr Ziele. Na, das ändern wir in der zweiten Folge gleich. Ich sehe keine Gegner. Der nächste ist fast sicher. Lenkt das NRZ weiter ab. Äh, muss mit uns? Hallo. Fühl auch mit. Jo. Nicht reingekommen. Ja, nicht. Hallo. Ist ja jetzt scheiße. Oh, oh. Ich will es nicht sehen. Oh. Oh, das sieht nicht mehr so gerade aus. Alter. Alter. Wie soll das denn wieder gehen, ey? Was passiert, wenn ich auf Portsetzung drücke? Oh, krass, cool. Belohnungen. Alter Vater, ey, das war jetzt... Oh, man kriegt sich auf Level aufstehen. Hm. Was passiert, wenn ich auf Portsetzung drücke? Oh, geht es weiter? Wo bin ich? Oh. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überdessen. Boah. Wir haben sie überdessen. Wir haben sie überzieht allein. Der Mensch ist immer besser als der Mensch. Nein. Aber du hattest du lebensgefährdliche Verletzungen. Du bist verliebt. Man hat aber einen langen Weg. Nö. Nur keine Arme mehr. Oh, das war die erste Mission. Oh, jetzt kommt direkt die zweite. Ja. Aber wir machen einen Cut. Ja, wir machen einen Cut. Und kann man auf Escape schon drücken? Ja, kann man. Drücken wir mal auf Escape. Arvis. Oh, nice. Gut. Alles klar. Äh, ja, das war's mit der ersten Folge von Call of Duty Black Ops 3 der Kampagne. Der Co-Op-Kampagne. Und, na, Gabriel, hast du noch irgendwas zu sagen? Nicht wirklich. Okay. Oh, ich will die Rücke. Ja. Ja, das werden wir jetzt beheben. Und, also, ich würde mich wieder mit Feedback freuen. Und auch, wenn ihr das nächste Mal anschauen könnt, ist es hier bei Call of Duty Black Ops 3. Die Einzelspieler-Kampagne. Und den, und den Garten. Ja, die Einzelspieler-Kampagne. Um, le kort. Und dann je Oh, meinبbaginess. Und, also, ich würde mich für kahne Zeit mit Schlesen reinigen. Und, also, ein paar Dinge Geiste. Dann fragen sich das dr��er-Kampagne runter too. Alles klar.